Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Weiler. Ich begrüße Sie bei Your Academy. Wir beschäftigen uns heute im öffentlichen Recht, bei den Grundrechten, mit einem von mir, wenn Sie so möchten, erfundenen Fall. Ich habe ihn Bengalo-Verbot genannt. Das heißt, es gibt hierzu keine Entscheidung, die wir entsprechend zu kommentieren hätten. Aber der Sachverhalt kurz erzählt, der X ist leidenschaftlicher Fußballfan, kauft mit Freunden zahlreiche Feuerwerksfackeln, die sogenannten Bengalos in seinen Vereinsfarben, um, weil er denkt, seine Mannschaft sei die beste Mannschaft der Welt und er den Sieg seines Vereins feiern möchte, diese Bengalos während des Feuerabendverkehrs auf einer öffentlichen Straße abzubrennen. Das Ganze wird ihnen behördlich untersagt, durch Polizei, durch Ordnungsamt, gestützt auf Straßen- und Wegerecht. Und X fühlt sich natürlich dadurch ganz massiv eingeschränkt. Und zu prüfen sind die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde des X. Wenn wir in den Obersatz uns begeben, wenn wir also einsteigen in die Fallprüfung, die Verfassungsbeschwerde des X gegen das Bengalo-Verbot ist erfolgreich, wenn sie zulässig und begründet ist. Und X, oder hier der entsprechende Beschwerdeführer, könnte sich möglicherweise stützen auf Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz, also auf die allgemeine Meinungsfreiheit. Wenn wir uns das Prüfungsschema anschauen, Zulässigkeit, das unterstellen wir hier als unproblematisch, wenn wir die Begründetheit der Verfassungsbeschwerde prüfen. Wir gehen hier, gehen ein Akt der Exekutive vor. Das heißt, wir müssten also unser übliches Prüfungsschema, das wir ja kennen, hierzu gibt es ja auch zwei Videos von mir, entsprechend zum Lernen angehen, also den Schutzbereich, prüfen sachlich und persönlich den Eingriff, die Schranken, die Schranken, Schranken im Rahmen der Rechtfertigung. Das heißt, wir müssten nun zunächst den Schutzbereich prüfen, die Frage also, ob das Abbrennen der Bengalos eine Meinungsäußerung ist. Formulierungsvorschlag also, der Schutzbereich müsste eröffnet sein, in sachlicher Hinsicht zu klären ist, ob das Abbrennen der Bengalos eine Meinungsäußerung im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz darstellt. Fraglich also, wie man eine Meinungsäußerung definieren kann. Also, zunächst, wie immer, im Einstieg, wir definieren den Schutzbereich. In persönlicher Hinsicht ist das hier kein Problem. Wir haben es mit einem Menschenrecht zu tun. X ist ein Mensch, das ist also hier völlig unproblematisch. Wir müssen aber klären, was ist eine Meinungsäußerung? Wie kann Meinung definiert werden? Da wissen wir, das ist die Definition, die wir haben. Hierzu gibt es ja auch ein Video von mir. Bei einer Meinung handelt es sich um Werturteile, denen innewohnt eine Stellungnahme, ein Dafürhalten, ein Meinen im Rahmen einer geistigen Auseinandersetzung. Das Ganze unabhängig von Emotionen, der Qualität. Es gibt also keine guten oder schlechten Meinungen. Wir haben einen sehr weiten Begriff. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon sehr früh festgestellt. Heißt also, wir müssen es lediglich abgrenzen von Tatsachen. Und wenn wir es nicht mit einer Tatsache, also etwas, was erwiesenermaßen wahr oder unwahr sein kann, zu tun haben, dann haben wir es mit einer Meinung zu tun. Und zweitens, der Begriff der Meinungsäußerung, die wir ja in 5 Absatz 1 Satz 1 eben auch finden. Wortschriftbild finden wir im Text des Grundgesetzes. Allerdings, wir haben es mit einem sehr weiten Schutzbereich zu tun. Das heißt, man muss sagen, dass Wortschriftbild lediglich nicht abschließend aufgezählte Beispiele sind. Heißt also, die Meinungsäußerung kann auch in anderen Aktionen bestehen. In einem Schweigemarsch beispielsweise, wenn Sie sitzen bleiben, in dem Moment, wo zum Aufstehen aufgerufen worden ist und so weiter und so weiter. Das heißt also, wir würden hier im Schutzbereich weiter formulieren. Geschützt ist jede Art der Meinung, unabhängig von ihrer Qualität. Auch die Bewertung des X über den sportlichen Sieg seiner Mannschaft ist eine solche wertende Stellungnahme im Sinne eines Dafürhaltens. Die Art der Meinungsäußerung ist X freigestellt. Die Aufzählung im Grundgesetz insofern nur beispielhaft. Das heißt, auch ein Feuerwerk, das Abbrennen vom Bengalus, kann eine Meinungsäußerung sein. Und somit ist der Schutzbereich eröffnet. Als nächstes müssten wir also klären, ob ein Eingriff vorliegt. Und hier können wir die grundsätzliche Formulierung verwenden, die immer passt. Es ist daher fraglich, ob ein Eingriff in den Schutzbereich vorliegt. Und dann kommt unsere Standarddefinition, die freiheitsverkürzende Maßnahme, der moderne Eingriffsbegriff. Das heißt, ein Eingriff, jedes staatliche Handeln, das dem Einzelnen ein Verhalten, das in den Schutzbereich eines Grundrechts fällt, in rechtlicher oder tatsächlicher Hinsicht, ganz oder teilweise unmöglich macht. Und der Schutzbereich eben hier unterstrichen, den haben wir ja gerade geprüft. Das heißt, darauf beziehen wir uns. Das heißt also, wir sind in der Prüfung nun schon bei der Frage angekommen, ob das Verbot ein Eingriff ist. Und wenn wir uns diese Definition natürlich anschauen, selbstverständlich ist das hier gegeben. Das, was der X gerne machen möchte, seine Meinung äußern durch Abbrennen der Bengalus, darf er nicht mehr, es wird ihm verboten. Das heißt also, wir haben es entsprechend mit einem Eingriff zu tun. Nun die Frage, wie sieht es mit der Schranke der Meinungsfreiheit aus? Gibt es eine solche Schranke überhaupt? Frag dich also, welcher Schranke die Meinungsfreiheit unterworfen ist. Nachdem wir also festgestellt haben, das Verbot ist ein Eingriff, prüfen wir nun, wir haben einen Eingriff, gibt es eine Schranke, wie ist die ausgestaltet? Und wenn wir uns hier die Meinungsäußerung anschauen aus Artikel 5 bei Freiheitsgrundrechten, wir wissen, es gibt drei grobe Oberarten von Schranken, nämlich die verfassungsunmittelbare Schranke. Direkt im Grundrecht ist der entsprechende Text vorhanden, der das Grundrecht einschränkt. Die verfassungsimmanente Schranke, damit haben wir es immer zu tun, wenn keine geschriebene Schranke vorliegt. Und hier in unserem Falle hätten wir es mit einem Gesetzesvorbehalt zu tun oder haben wir es mit einem Gesetzesvorbehalt zu tun. Das heißt, die Schranke ergibt sich aus einem Gesetz außerhalb des Grundgesetzes. Wir finden sie hier in Artikel 5 Absatz 2, das ist die Schranke für 5 Absatz 1. Der Gesetzesvorbehalt kann nochmal unterteilt werden. Zwei Arten gibt es. Wir haben den potenziell, den einfachen Gesetzesvorbehalt. Hier genügt jedes Gesetz. Das ist zum Beispiel in Artikel 12 Absatz 1. Oder wir haben es mit einem qualifizierten Gesetzesvorbehalt zu tun. Das heißt, das Gesetz muss noch weiteren speziellen Anforderungen genügen. Es passt also nicht jedes Gesetz, sondern das Gesetz muss eben qualifiziert sein. Und das haben wir hier in der Tat, wenn wir uns 5 Absatz 2 anschauen. Und das ist genau der Punkt, um den es uns hier gehen wird. Was ist denn hier unter dem qualifizierten Gesetzesvorbehalt von 5 Absatz 2 zu verstehen? Was genügt also dem Schrankenvorbehalt aus Artikel 5 Absatz 2? Zum Schutz der Ehre ist aufgeführt. Das heißt also, Vorschriften, die zum Beispiel den Straftatbestand der Beleidigung erfüllen. Oder die, andersrum formuliert, Vorschriften, die vor Beleidigung schützen, weil sie einen Straftatbestand formulieren. Das wäre ein solches qualifiziertes Gesetz, das dem Schrankenvorbehalt genügen würde. Vorschriften zum Schutz der Jugend, also zum Beispiel das Jugendschutzgesetz auch. Damit haben wir es aber hier nicht zu tun. Hier haben wir es mit dem Straßen- und Wegegesetz zu tun. Und das heißt, wir müssen uns hier fragen, was ist denn ein sogenanntes allgemeines Gesetz? Was ist hier runter zu verstehen? Ist das Straßen- und Wegerecht, wie auch immer das bei Ihnen im Landesrecht ausgestaltet sein mag, ist das ein solches allgemeines Gesetz im Sinne von Artikel 5 Absatz 2? Und die Definition, die wir hierzu kennen, hierzu gibt es auch ein Lernvideo von mir zur Schranke von 5 Absatz 2. Seit dem sogenannten Lüt-Urteil schon, allgemeine Gesetze sind solche, die nicht eine Meinung als solche verbieten und sich nicht gegen die Meinungsäußerung als solche richten, sondern die dem Schutz eines ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung zu schützenden Rechtsguts dienen. Dem Schutz eines wichtigen Gemeinschaftswertes. Dem Schutz eines Gutes, das gegenüber der Betätigung der Meinungsfreiheit Vorrang hat. Und in 5 Absatz 2 hat der Grundgesetzgeber bereits festgestellt, der Verfassungsgeber, dass die Ehre und der Schutz der Jugend eben der Meinungsäußerung vorgehen und wir müssen nun schauen, ob es noch andere solche Werte gibt, die insofern dem Ganzen genügen. Heißt also, ein allgemeines Gesetz, zweistufige Prüfung, Meinungsneutralität ist ein wichtiger Punkt, den wir uns anschauen müssen und im zweiten Schritt eine Abwägung. Am schönsten ist, wenn wir es mit einem meinungsneutralen Gesetz zu tun haben, also ein Gesetz, das eben alle Meinungen sozusagen gleich behandelt und nicht gegen bestimmte Meinungen vorgeht. Jetzt kann man hier beim Bengalo-Verbot sagen, das Abbrennen dieses Feuerwerkes ist natürlich verboten oder würde verboten, unabhängig warum das Feuerwerk abgebrannt wird. Also egal, um welchen Fußballverein es geht, egal um welche Sportart, ob ich für oder gegen etwas bin, das Abbrennen von Feuerwerk grundsätzlich so als Meinungsäußerung, worum es geht und was ich damit sagen will, da verhält sich der Staat hier völlig neutral. Das wäre der erste Schritt. Und das ist natürlich schön, wenn beides gegeben ist. Das heißt, im besten Falle, wir haben eine Meinungsneutralität vorliegen, es wird sich eben nicht gegen eine bestimmte Meinung gerichtet und selbst das ist in Einzelfällen erlaubt oder kann erlaubt sein, wenn trotzdem im Rahmen einer Abwägung herauskommt, dass auch wenn gegen eine bestimmte Meinung vorgegangen wird, zum Beispiel gegen extremistische Äußerungen, dies geschieht, um ein höherwertiges, ein höchstwertiges Rechtsgut zu schützen. Das heißt, erster Prüfungspunkt, richtet sich das Ganze gegen eine bestimmte Meinung, wenn nicht, prima, ist schon alles in Ordnung, aber selbst wenn es nicht meinungsneutral ist, kann es trotzdem erlaubt sein, wenn die Abwägung eben ergibt, es geht um ein anderes, höherwertiges Rechtsgut, das zu schützen ist. Wenn wir hier die Meinungsneutralität annehmen, prima, X wird natürlich sagen, es geht hier um meinen Verein, ihr macht das Ganze nur, weil ich meinen Verein entsprechend preisen will und Jubel über den ausdrücken will. Das heißt, schön ist natürlich, wenn beide Punkte gegeben sind, wir müssen also schauen, welches höchstwertige Rechtsgut hier möglicherweise im Raum steht. Das heißt, wir könnten die Schranke wie folgt formulieren, ein allgemeines Gesetz, gemäß Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, liegt vor, wenn es sich nicht gegen eine Meinung als solche richtet, meinungsneutral ist, sondern dem Schutz eines schlechthin zu schützenden Rechtsguts, das vorangegenüber der Meinungsfreiheit hat, dient. Dieses Rechtsgut ist hier der Schutz der Allgemeinheit. Wenn auf offener Straße von Unkundigen ein Feuerwerk abgebrannt wird, dann sind natürlich Leib, Leben der Passanten gestört. Leute, die da vorbeifahren, möglicherweise von Feuerwerkskäufern getroffen werden. Dieses Rechtsgut also hier gilt es entsprechend zu schützen. Wir haben also im Prinzip den Widerspruch, wenn wir so möchten, zwischen der Meinungsäußerungsfreiheit, zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und dem Schutz der Allgemeinheit und müssen schauen, was höherwertig ist. Und hier kennen wir zum Ergebnis, dass der Schutz der Allgemeinheit entsprechend vorgeht. Das heißt, sogar wenn gegen eine bestimmte Meinung vorgegangen wird, ist dies erlaubt, wenn es dem Schutz der Allgemeinheit dient. Wir müssten hier also eine Verhältnismäßigkeitsprüfung dann am Ende anstellen. Wir brauchen ein legitimes Ziel, hier Schutz der Allgemeinheit. Und dann prüfen, ist die Maßnahme geeignet, erforderlich und angemessen. Hier ganz kurz geschaut, ist die Maßnahme geeignet, ist das Verbot des Feuerwerkabrennens geeignet, um die Allgemeinheit vor Gefahren zu schützen. Das ist selbstverständlich gegeben. Die Maßnahme ist zielförderlich. Das Ziel kann mit ihr potenziell erreicht werden. Gibt es eine mildere Maßnahme, die genauso gut funktioniert, wenn der X unbedingt dieses Feuerwerk da in der Öffentlichkeit im Feuerabendverkehr abbrennen will und sich da auch durch Zureden nicht von abbringen lässt, muss es ihm natürlich am Ende verboten werden. Mildere Maßnahmen scheinen hier keinen Erfolg zu versprechen, die genauso zielförderlich sind, ebenso geeignet sind. Und schließlich bei einer Abwägung, Maßnahme, Zweck, Mittel, müssen wir also zum Ergebnis kommen, ja, die Meinungsäußerungsfreiheit des X wird eingeschränkt. Er kann aber natürlich seinen Jubel über den Sieg oder seine Meinung über den tollsten Verein der Welt in vielerlei anderer Art und Weise zum Ausdruck bringen. Das muss er ja nicht unbedingt dadurch, dass er ein Feuerwerk abbrennt. Das kann er ja zum Beispiel auch möglicherweise irgendwo machen, wo er eben nicht die Allgemeinheit gefährdet. Das kann er zum anderen Tageszeitraum möglicherweise machen. Aber er wird also zwar beschränkt, er wird eingeschränkt in seiner Meinungsäußerung, aber ja nur im relativ kleinen Umfang. Auf der anderen Seite, Schutz der Allgemeinheit ist natürlich ein hochwertiges Rechtsgut, wichtiger in der Tat als die Meinungsäußerung. Das heißt also, hier würden wir auch bei einer Abwägung zum Ergebnis kommen, dass die Meinungsfreiheit des X eingeschränkt werden kann. Ähnliches Beispiel, sozusagen auch im Bild zu bleiben, das kennen Sie vielleicht, ich darf eben auch nicht in einem überfüllten Kinosaal Feuer rufen und dann irgendwie eine Panik auslösen. Auch wenn ich jetzt irgendwie denke, das ist ein Scherz, hiermit will ich also eine bestimmte Meinungsäußerung klar machen, ich wollte mal zeigen, wie das so ist, wenn das passiert, hier eben der Schutz der Allgemeinheit geht auf jeden Fall vor. Das heißt also, die Maßnahme wäre auch angemessen, verhältnismäßig im änderlichen Sinne. Das heißt, wir kämen dann schlussendlich zum Ergebnis, zum Ende sozusagen unserer Prüfung und würden feststellen, das behördliche Verbot stützt sich auf ein allgemeines Gesetz im Sinne von Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Es ist zudem verhältnismäßig, das heißt, es dient dem Schutz eines legitimen Ziels, hier eben Schutz der Allgemeinheit, die Maßnahme ist geeignet, erforderlich, angemessen und schlussendlich dann also Endergebnis. Darum geht es uns ja, die Verfassungsbeschwerde von X ist erfolglos, da unbegründet. Soweit also zur Prüfung Schranke des Allgemeinen Gesetzes, Eingriffe in die Meinungsäußerungsfreiheit. Da können wir uns natürlich viele verschiedene Beispiele vorstellen. Wenn wir es mit Beleidigungen zu tun haben, ist die Sache natürlich bei der Schranke 5 Absatz 2 etwas einfacher, weil da im qualifizierten Gesetzesvorbehalt ja der Schutz der Ehre spezifisch genannt ist. Hier also müssten wir im Rahmen des Allgemeinen Gesetzes eher die Definition eben nochmal hervorkramen, richtet sich nicht gegen eine bestimmte Meinung, ist meinungsneutral, beziehungsweise dient eben den Schutz eines höherwertigen, schlechthin zu schützenden Rechtsguts. Soweit von mir Thomas Weider zu unserem Falltraining Bengalo-Verbot, wie gesagt von mir ein erfundener, fiktiver Fall. Wünsche Ihnen viel Spaß, viel Erfolg bei der Prüfungsvorbereitung. Wir von Your Academy werden versuchen, Sie da bestmöglich zu unterstützen. Deswegen schauen Sie auch die Videos der Kolleginnen und Kollegen bei mir im öffentlichen Recht oder auch natürlich in den anderen Rechtsgebieten und alles Gute, herzlichen Dank.